Die Mini Hubschrauber sind eine geile Erfindung, aber nicht nur zum rumfliegen. Die sind nämlich für was anderes viel besser geeignet. Und wie man sieht, mal ein paar Sekunden drüber gehalten. Da spart man sich teure Blaserbikes oder Gebläsemaschinen. Ultimative Gerät spart Faktor zum Spielen und natürlich auch noch zum Grillen. Ist das schmutzig. Die Mäste sind sehr glücklich. Das ist schmutzig. Abonnieren wir uns zu, wenn du das Video in der Homemütze gesetzt. Dann können wir die Mäste festechen. Schmutzig. 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 1.5 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm Vielen Dank.